Stars, ein beliebtes Moderationsduo und musikalische Untermalung haben am Freitagabend für Silvesterstimmung beim Brandenburger Tor gesorgt. Auch ohne Feuerwerk und große Feier ging am Freitagabend, 31. Dezember, der Neujahrswechsel beim Brandenburger Tor stimmungsvoll über die Bühne. Durch die Silvesterfeier Celebrate at the Gate, die unter dem Titel Willkommen 2022 live im ZDF übertragen wurde, führte einmal mehr das beliebte Moderationsduo Andrea Kiwi-Kievel, 56, und Johannes B. Kerner, 57. Zudem wurde mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern aufgewartet, die bei der Veranstaltung trotz Corona-bedingten Beschränkungen für Feierlaune sorgten. So stand etwa das Elektropop-Duo Glasperlenspiel auf der ikonischen Bühne in Berlin, die in glanzvollen Farben erstrahlte. Der Auftritt bei Celebrate at the Gate sei für die beiden etwas ganz Besonderes gewesen. Wir fühlen uns geehrt, mit unserer Musik wieder Teil der Show zu sein, schwärmte Sängerin Karolin Jemtschik, 31. Auch die Musiker von Team 5 haben am Silvesterabend performt. Der Jahreswechsel ist für uns einer der schönsten Momente überhaupt. Silvester auf der großen Bühne am Brandenburger Tor zu stehen und diese Erfahrung mit allen zu teilen, macht uns deshalb ganz besonders stolz. So die Boy-Band-Mitglieder Jake Hahn, 39, und Mark Terenzi, 43. Live schalten in die Wohnzimmer der Stars. Weitere Acts waren außerdem Michael Patrick Kelly, 44, Art Garfunkel, 80, Marianne Rosenberg, 66, Bonnie Tyler, 70, Nico Suave und Tisi, Nathan Evans, 27, Adel Taville, 43, Alle Farben, Calvin Jones, 26, Dieter Haller-Vorden, 86, Knappe, 36, Tom Berg, 43. Justin Gesso und Daddy Freier, 29. Die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem heimischen Sofa durften sich zudem über Live-Schalten in die Wohnzimmer deutscher Promis freuen. Neben den Tokio-Hotels Willingen Bill und Tom Carletts, beide 32, sowie Comedian Oliver Pocher, 43, kam auch der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, 58, SPD, virtuell zu Wort. Die Zuschauer auf dem heimischen Sofa durften sich zudem über Live-Schalten in die Wohnzimmer-Schalten in die Wohnzimmer-Schalten in die Wohnzimmer-Schalten in die Wohnzimmer-Schalten. den